Hallo, ich bin's Karin von Stempelpunktchen. Heute startet meine neue Videoreihe und zwar zum neuen Mini-Katalog Januar bis Juni 2021 und der Celebration. Das ist der neue Katalog und die Celebration Broschüre. Falls du noch einen Katalog und eine Celebration Broschüre benötigst, dann melde dich bei mir bitte. Und ja, ich möchte euch in einer fünftägigen Videoreihe wieder zeigen, was man so alles mit den neuen Produkten basteln kann. Und als erstes habe ich mir hierfür ein kleines Schächtelchen mit dem Produktpaket schön schwungvoll einfallen lassen. Außerdem wird hier verwendet das Designer Papier Papierblüten. Das ist ein Papier aus der Celebration, das ich euch jetzt schnell einmal zeigen möchte. Und zwar sind hier, also in diesem Celebration Papier, also für alle die Celebration nicht kennen, Celebration sind Produkte oder ist eine Broschüre und da sind Produkte drin und ab einem Bestellwert von 60 Euro bekommst du ein Gratis Produkt aus der Celebration Broschüre. Das heißt, dieses Papier gibt es ab einem Bestellwert von 60 Euro gratis, wenn du dir dieses aussuchst. Es gibt aber auch noch viele andere wunderschöne Produkte in der Celebration, aus denen du auswählen kannst. Na ja, gut, zurück zu diesem Papier. Die Vorderseite hat viele verschiedene Blumenmotive. Schon sehr frühlingshaft, finde ich, was mir aber sehr gut gefällt. Ich habe eigentlich jetzt schon genug vom Winter. Und ja, einmal so Kreise noch. Die stechen etwas heraus aus diesem Blumenmuster, finde ich aber auch toll. Gibt, glaube ich, auch einen schönen Hintergrund oder man kann auch schöne Schachteln damit basteln. Und die Rückseite sind dann mehr Hintergründe, aber teilweise auch mit Blumen oder Blumen oder Blättern oder eben verschiedenen Mustern. Und ich bin so begeistert von diesem Papier, dass ich schon einige Packungen davon zu Hause habe. Und deshalb musste ich euch das gleich bei meinem ersten Projekt zeigen und das einmal verbasteln gleich. Gut, wie macht man also dann diese Schachtel mit dem Designerpapier und dem Produktpaket schön schwungvoll schön schwungvoll. Ah ja, das Produktpaket. Das darf ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wie jedes Produktpaket besteht es aus ein Stempelset. Das heißt schön schwungvoll. Und das gibt es ja jetzt schon seit Anfang November zu kaufen. Und ja, ich habe es mir erst jetzt besorgt. Ich brauchte etwas länger, aber gerade die Stanzformen dazu gefallen mir einfach so gut, dass ich es dann doch haben musste. Ja, hier sind sehr viele Sprüche und ein paar kleine Vögelblätter. Und die Stanzformen, wie gesagt, gerade die gefallen mir sehr, sehr gut. Die haben hier mehrere so geschwungene Stanzteile dabei und diese Stanzteile kann man wunderschön verwenden, um Boxen zu machen, um Karten zu machen. Und das gefällt mir eben besonders gut an diesem Produktpaket. Natürlich gibt es für die Vögel und die Blumenstempel-Motive und Blätterstempel-Motive hier auch wieder die passenden Stanzformen auch dazu. Und diese Stanze hier verwenden wir heute für unser Projekt. So, jetzt aber wirklich, jetzt geht es zum Basteln. Wir brauchen dafür einmal einen Farbkarton in Flüsterweiß mit den Maßen 20,2 x 9,5 cm. Nun nehmen wir diese Stanzform hier. Und nun ist es ganz wichtig, wenn wir unseren Farbkarton so vor uns legen, dann fangen wir jetzt am rechten oberen Ende an, diese Stanzform anzulegen. Und wir legen sie so an, dass sie mit dem rechten oberen Ende hier abschließt, also hier Kante an Kante liegt und mit dieser Welle auch das obere Ende hier schön anliegt. Dass die Welle noch voll auf dem Papier ist, aber nicht zu viel Verschnitt hier passiert. Und ich habe hier Washi-Tape und befestige mir die Stanze so auf dem Farbkarton und stanze das so einmal durch. Und sobald ich das gemacht habe, zeige ich euch, wie es hier dann weiter geht, weil ja hier noch nicht die ganze Seite entlang gestanzt wurde. So, fertig gestanzt, sieht das dann jetzt erstmal so aus. Und da hört ja diese Stanzform mitten im Farbkarton auf. Das sieht jetzt nicht toll aus und wir wollen das ja auch noch weiter ziehen. Dazu verwenden wir jetzt aber erstmal ein Lineal und ein Falzbeil und ein Falzstift oder ein Falzbeil und markieren uns hier einfach nur einmal circa einen halben Zentimeter. Also hier hat nämlich dieses Ende jetzt nur noch neun Zentimeter und das wäre ja perfekt, wenn sich diese beiden Enden wieder genau treffen. Daher markieren wir uns hier die neun Zentimeter, der halbe Zentimeter, also die, so dass dann neun Zentimeter übrig bleibt. Und ich habe vorher übrigens zu vergessen, dass es, äh, vergessen zu erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass ihr die, ähm, Form richtig anlegt. Mir ist das beim ersten Mal nämlich passiert, da habe ich nicht genau geschaut und habe sie so ans Papier gelegt und dachte hier an diesen Stickkanten sozusagen, an diesem Muster wird dann abgestanzt. Aber genauso war es nicht. Ich hatte dann also ein kleines Reststück mit diesem Muster und, ja, der Rest war einfach nur quasi langweilig geschwungen. Ähm, kann man natürlich auch für andere Projekte verwenden, wenn man eine gerade Schwungkante einfach nur haben will. In diesem Fall wollte ich aber eben genau diese, dieses Tiermuster haben und deshalb nicht so drauflegen, sondern so drauflegen, weil hier diese Stanzkante eigentlich eh deutlich ersichtbar ist. Aber ja, ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich kann mir vorstellen, es geht mehr Personen so wie mir, dass sie das aufs erste Mal übersehen. So, was wir jetzt machen, ist das rechte Ende der Stanzform, ähm, direkt an dieses Ende der bisher gestanzten Form dranlegen und das Ganze dann so drehen, dass das Ende hier dran liegt und die Stanzform hier auf diese 5 Millimeter Markierung zugeht, also hier endet. Und genau so stanzen wir das jetzt noch einmal aus. So, nun ist unsere geschwungene Zierkante fertig und wir können das Schneid- und Falzbrett zur Hand nehmen. Und zwar falzen wir hier an der langen Seite und wir müssen natürlich jetzt die gerade oben anlegen, sonst funktioniert das nicht. Äh, einmal bei 5 Komma und jetzt wird's ein bisschen tricky. Also 5 Zentimeter, genau, dann habt ihr beim Rundherumwickeln einen unschönen Effekt, weil, ähm, wir dann auch bei 5 Zentimeter Falzen beim Designerpapier, also brauchen wir eigentlich beim Farbkarton, der rundherum geht, etwas mehr. Das heißt, ich gehe nicht auf 5,1, sondern zwischen 5,1 und 5 Zentimeter und falze hier einmal. Und dann schiebe ich weiter auf 10,1 und noch einmal weiter und zwar hier jetzt wieder nicht auf 15,1, sondern zwischen 15,1 und 15,2, also 15,15 sozusagen. Und an der kurzen Seite falze ich bei 5 Zentimetern. Gut, dann nehme ich das Designerpapier zur Hand. Und eigentlich hätte ich das Schneidbrett gar nicht weglegen müssen. Ähm, wir brauchen es natürlich hier auch gleich nochmal. Ähm, das Designerpapier hat die Maße von 21 x 11 Zentimetern. Und hier falze ich an der kurzen Seite zuerst bei einem Zentimeter. Und dann, ähm, ähm, entweder ihr dreht das jetzt und falzt bei 6 oder ihr dreht es nicht und falzt bei 5 Zentimeter. Also das Ergebnis sind dann zwei mal 5 Zentimeter Teile und eine 1 Zentimeter Klebelasche. Und an der langen Seite falzen wir bei 5 Zentimetern, bei 10 Zentimetern, bei 15 Zentimetern und bei 20 Zentimeter oder einfach hier rechts wieder bei einem Zentimeter, um wieder die Klebelasche zu erhalten. Oben stimmt übrigens gar nicht, das ist keine Klebelasche, das wird dann unsere Stecklasche. Weiter geht's mit der Papierschere. Und zwar schneiden wir uns erst einmal weg. Ähm, hier unten, bei dieser Klebelasche, bei dieser seitlichen, äh, schrägen wir die Seiten hier ab. Und dann geben wir bei dieser seitlichen Klebelasche den Rest weg. Also schneiden wir weg. Also nur dieses kleine Stück hier unten bleibt bestehen. Außerdem, äh, schneiden wir nun einmal hier entlang dieser Knicklasche wird das dann. Äh, und zwar bis zur zweiten Querfalz. Hier schneiden wir einfach nur gerade herunter. Das Stück hier, also wenn man so dreht, wie wir vorher hatten, das zweite von links bleibt stehen. Das heißt, auch hier schneiden wir gerade runter. Und dann den Rest weg. Als nächstes schneiden wir einmal diese Falzkanten hier. Alle bis zur Querfalz ein. Das wird unser Deckel mit Stecklasche. Und die Teile hier lasse ich trotzdem dran, damit die Seitenwände etwas verstärkt werden. Weil so dick ist das Designerpapier nicht. Und der Farbkarton ist auch nur teilweise hier auf der Seite drauf. Deshalb verstärken wir das Ganze. Zum verstärken müssen wir aber jeweils noch ein bisschen was hier wegschneiden. Bei den Seitenrändern jeweils nur ganz wenig. Und zwischen den Falzlinien. Einfach deshalb, weil wir uns dann viel leichter tun damit, dass wir das dann richtig falten. Weil sich dann die beiden Teile nebeneinander, die wir jetzt nach innen falten, nicht gegenseitig im Weg sind. Das wäre nämlich dann auch blöd, dann sieht das Ganze auch nicht so hübsch aus. Beziehungsweise ist eben schwieriger, schön zu falten. Es ist viel besser, wenn man hier einfach überall ein bisschen was wegschneidet. Ist ja auch mit der Papierschere ganz schnell erledigt. So. Das sind die Schneiderarbeiten bei diesem Designerpapierstück. Und beim Farbkarton in Flösterweiß gehen wir jetzt her und schneiden von unten alle Falzlinien bis zur Querfalz nach oben. Das wird unser Schachtelboden. Und dann kleben wir die beiden Teile aufeinander. Und zwar wird das dann im Endeffekt so aussehen. Ihr orientiert euch dann hier einfach an den Falzlinien. Und zwar orientieren wir uns an dieser Falzlinie hier. Und zwar legt ihr die untere Kante des Designerpapiers an diese Falzlinie an. Und er achtet außerdem darauf, dass auf dieser Seite der Farbkarton nur ein Stück vielleicht drüber schaut. Man sieht es kaum. Aber ziemlich abschließt auf dieser Seite. Hier geht der Farbkarton etwas über das Designerpapier hinaus. Das ist okay so. Und um das Ganze dann zu kleben, gebt ihr jetzt auf den Farbkarton Flüssigkleber. Und achtet auch darauf, dass ihr hier über dieses Muster etwas Flüssigkleber gebt. Damit der Farbkarton dann gut hält. Achtet darauf, dass ihr hier drüber nicht zu viel habt. Aber ein bisschen was darf schon sein, damit er auch an der Oberkante. So. Nun habt ihr das so geklebt. Und jetzt könnt ihr einmal mit dem Falzbeil hergehen. Wenn ich meines finde. Und die Falzlinien hier alle schön nachziehen. Okay, schon können wir die Schachtel auch zusammenkleben. Dazu knicken wir hier einfach einmal um. und geben etwas Flüssigkleber auf diese Klebelasche. Und knicken diese zweite Seite hier drüber und achten, dass die Falzlinien dann aufeinander treffen. So, bei mir hat sich das jetzt etwas verkeilt. Dann können wir im nächsten Schritt, also wir suchen uns dieses Stück mit dieser Lasche. Die habe ich übrigens vergessen zu falten. Und die kleben wir jetzt nicht. Aber alle anderen Laschen, da können wir jetzt einmal Flüssigkleber drauf geben. Und das Designerpapier dann zum Verstärken unserer Box nach innen kleben. Und nun kleben wir noch den Boden zusammen. Also falls euch schon aufgefallen ist, die Box schließt nach hinten. Also da wo ihr dann diese Lasche rein steckt, dort ist eure Rückseite und das gegenüber ist die Vorderseite. Das geht sich dann auch schön aus, weil ihr hier die Schnittkante habt. Und ja, dementsprechend kleben wir natürlich auch den Boden wieder zusammen, also von eurer Vorderseite. Geht ihr zuerst mal her und klebt eure Seitenteile zusammen. Das heißt, das eine Seitenteil bestreichen mit Flüssigkleber, das andere drüber schieben. Und dann zuerst nochmal ein Seitenteil mit Flüssigkleber bestreichen. Und das Teil von der Rückseite nach vorne klappen. Und dann das letzte Mal Flüssigkleber drauf und die Vorderlasche von vorne nach hinten klappen. Wenn hier noch am Boden ein bisschen was übersteht, dann könnt ihr das mit der Papierschere hier noch seitlich abschneiden, damit es dann hübscher aussieht. Sobald ihr das dann fertig abgeschnitten habt, die Ränder hier unten, könnt ihr den Deckel reinstecken in die Box und wir sind mit der Grundbox fertig. Nun verwenden wir das feine Geschenkband in Aquamarine und da brauchen wir schon ein ganzes Stück, weil wir wollen sozusagen zweimal rund um die Box und dann noch eine Schleife machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das schon als Kind gern gemacht, Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke verpacken und ich fange hier also an der Oberseite mit der Schleife an und nehme die Mitte circa und lege sie hier mal so drüber. Und stelle das Ganze so auf den Kopf, nehme dann die Enden der beiden Schleife und wickele sie so über Kreuz und ziehe die Schleife seitlich wieder rauf. Und nun gebe ich unter das schon bestehende Schleifenteil, fiedle ich diese beiden Enden durch und verknote die hier jetzt einmal. So, jetzt hat sich natürlich der Deckel nach innen gedrückt, weil ich da zu stark dagegen gearbeitet habe. Wenn ihr schon was reinbefüllt habt, was ich euch vorher natürlich empfehlen würde, dann habt ihr das Problem weniger. Aber mit diesem Pickertool zum Beispiel könnt ihr den Deckel dann gleich wieder zu euch rauchholen. So, und weiter geht's. Wir binden unsere Schleife fertig. Nicht zu groß, damit sie auch hübsch ausschaut. Ich und schleifen. Ihr glaubt es nicht, beim ersten Versuch der anderen Schleife hat das auf Anhieb geklappt. Das hatte ich glaube ich noch gar nie. Okay, so, dann richtet ihr euch die Seitenbänder noch zurecht und die Schleife und schneidet die Enden ab. Gut, als nächstes brauchen wir jetzt eigentlich nur noch unser Etikett. Hierfür brauche ich ein flüsterweißes Stück Farbkarton mit dem Maßen 1,5 x 5,5 cm. Das passt dann perfekt für den Stempel aus dem Stempelset. Schön schwungvoll. Und zwar habe ich hier den Stempel mit viel Liebe für dich gemacht. Ausgewählt. Und ich nehme das Stempelkissen in marineblau. Und stemple diesen Spruch nun hier einmal auf. Dann nehme ich das Falzbeil. Und mit dem Falzbeil fahren wir hier jetzt einmal in die eine Richtung und dann in die andere Richtung, so dass sich so eine kleine Schwungwelle ergibt. Genauso wie es dann auch wunderbar zu unseren Stanzformen passt. Und ja, dann geben wir hier noch jeweils ein Klebepunkt. Heute mag es mich einfach nicht. Habt ihr auch so Tage? Manchmal hat man einen guten Basteltag, da klappt alles auf Anhieb und dann hat man wieder Tage. Da funktioniert irgendwie gefühlt gar nichts. Ich habe heute ein gefühlt gar nichts funktioniert Tag. Ich muss heute viel schneiden im Video. Okay, mit diesem Klebepunkt befestigt ihr das Etikett dann auf der Oberseite eurer Schachtel und schon habt ihr eure kleine Schachtel mit den Stanzformen schön schwungvoll beziehungsweise mit dem Produktpaket schön schwungvoll fertig. Ich hoffe, euch hat mein Video heute gefallen und ihr schaltet auch morgen wieder ein. Und ja, auch morgen gibt es wieder neue Produkte aus dem neuen Mini-Katalog und der Celebration. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.